Das ist ein Banküberfall. Das ist ein Banküberfall. Das kann ja jeder sagen. Das kann nicht jeder sagen. Doch, das kann doch jeder sagen. Das ist ein Banküberfall. Selbstverständlich kann das jeder sagen, das ist ein Banküberfall. Natürlich kann das jeder sagen, das ist ein Banküberfall. Also gut, dann wollen wir mal üben. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ein Banküberfall. 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 Das ist ein Banküberfall! Unser Geld reicht gerade noch für zwei Tickets für eine Schiffsrundfahrt. Die Gans wartet schon auf uns. An der Nordseeküste, am Plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Der Kleine, die Kalibik. Habe ich Müll irgendwie weitläufig vollgestellt? Hier nix Kalibik, hier Wölthelsee. Falsch gebucht. Was sagt er? Falsches Buch. Falsch gebucht. Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne Gans. Für mich bitte nichts als Gans. Nix ist aus. Kann das nicht ganz einfach, ganz einfach sein? Uns ist alles egal, Hauptsache Gans. Sie wollen die Gans, ganz. Also komm, lass uns mal in die Küche gehen und nach der ... Du weißt schon was suchen. Compuise heißt das hier. Richtig, Junge. Wärts wohl auch auf Sie. Nee, eigentlich nicht, aber ich find das hier ganz toll. Wie war? Aber komm viel rum. In jedem Hafen eine tolle Sache. Ich will dir was sagen. Wenn du nur auf die Federn schaust, musst du dich nicht wundern, wenn du eine Gans nach Hause holst. Und dann nehmen wir wieder die Pest an Bord. Was meinst du, wie wir uns freuen, wenn die Pestboden kommen? Und wie wir wieder Pest von Muttern bekommen? Aber Asbest hatten Sie nicht an Bord, oder? Tut mir leid, Gans ist ganz aus. Bring den Herrschaften sofort die Gans, sonst lass ich die in Eis legen. Ist in Ordnung, alles. Nur nicht in Eis legen. Äh, meines Wissens heißt das in Eisen liegen. Richtig, Min-Jung. Liebst du auch die See? Die interessiert mich nicht, die Bede. Nicht die Bohne, Schatz. Mehr Babbrett halten. Willst du den Gans blind? Ei, Ei, Sir. Für mich bitte kein Ei. Na? Wie viele Knoten machen wir? Zeig Stück. Gar nicht schlecht. Weiter Knoten! Was ist mit der Gans? Wo ist die Gans? Käppen, sagen Sie es Ihnen. Die Gans hat gemeutert. Ich hab sie auspeitschen und Kiel holen lassen. Äh, war in der Gans was drin? Nein. Nicht. Aber sie war tapfer. Es kam kein Ton über ihren Schnabel. Komm, Schatz, wir holen hier ab. Die sind alle nicht ganz dicht. Irgendwas ist hier nicht dicht. Eins. Zwei. Ich lass dir den Vortritt, ja? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich hab mir mal gedacht, ich kann nicht schwimmen. Nein, du kannst doch nicht Fahrrad fahren. Aber Achtung, Schatz, da vorne ist dein Strudel. Oh, ah, ah!